Nicht in so'n Ding, nicht in so'n Ding, das ist, das ist der Tod, Alter, das wird mich richtig fertig machen, oh ne. Wenn du denkst, so, weißt du, viele Leute hätten schon lange kapituliert nach so Level 1 und gesagt, reicht's. Oh, das ist richtig geil. Okay, ich sterbe aber die ganze Zeit gerade. Alter Junge. Das hat mich wirklich fertig gemacht, gerade am Ende, muss ich sagen. Oh Gott. Roller Coaster. Äh, okay. Äh. Oh, das ist echt so'n bisschen hier, Tabloba TV, mit Märkte, die Eisschollen, weißt du? Mhm. Das heißt, wir müssen einmal hin, springen einmal. Das trottelt, du musst hier natürlich hier dran. Bounce, du. Bounce, wenn ich Bounce suche. Oh Mann. Nee, mach mal nicht. Das ist mir einfach angelogen. Okay. Ja, bei jedes Ding. Da passiert gar nichts. Hm. Und manche bleiben ja an, oder? Alle bleiben an. Ah, ja. Ah, okay. Ah, um die zu verbinden. Guck. Ja. Oh. Oh, guck. Wartet das hier noch dann, oder? Oh, guck. Sag der und fällt einfach tot. Das ist so'ne weirde Competition. Oh Mann, man slidet da herunter. Ja, ja. Müssen wir das verbinden? Nee. Dann, dann verbind du die links. Da, genau, die dazwischen. Ach so, so müssen wir das verbinden. Gecheckt. Schnell, schneller, schneller, schneller. Ja, psychodetic auf jeden Fall. Boah, nee. Okay, dann verbinden wir das mal. Übergeben. Ich, mir macht's... Was? Oh, was passiert hier, Alter? Kann man das auch alleine spielen? Zum Glück nicht. Oh, boah, ey. Alter, wo? Okay, jetzt gleich gar nicht. Reicht dich doch mal zusammengetroddelt. Hä? Okay. Ich verstehe gar nicht. Was passiert? Oh, nicht so weit drehen, bitte. Hallo. Hör mal zu. Dreh zurück. Ach, oh, das dreht sich tatsächlich wieder komplett zurück. Das ist ja spannend. Wie komme ich denn dann da hoch? Beim Blauen da. Ah, dankeschön. Dankeschön, oh mächtiger... Alter. Wie krieg ich das Stück? Was war es? Nee. Ach, Mann, ey. Was war es? Was war es? Du Arsch. Jetzt lass mich hoch. Lass mich hoch. Der war richtig schlecht. Ich bin einfach nur noch am Titten. Oh, bitte. Oh, bitte, come on. Den hätt ich dir gelassen. Der war nicht schlecht. Jo, doch. Jetzt bei mir bitte keine Scheiße machen. Bei mir bitte keine Scheiße machen. Nee, komm, ich will weiterkommen. Oh, Mann. Ach, stimmt. Du musst erst mal neu machen. Oh, Mann. Das hab ich vergessen. Jetzt hast du wieder eins runter. Nur eins runter. Ja, ja, alles gut. Bei mir bitte keine Scheiße machen. Aber so wie so kleine Brüder. So richtig... Hey, aber... Es ist anstrengend. Freddy, bei mir bitte keine Scheiße machen. Ich weiß, ich weiß voll... Oh, was? Es geht denn hier ab. Ich weiß, das war voll frech von mir. Aber bitte keine... Bei mir bitte keine. Das ist ja... Das ist auch der anstrengendste Jump ever, Alter. Guck dir das mal an. Oh, wie nervig einfach nur noch. Oh, Gott, ey. Enrico, danke schön für den Satz. Bei mir bitte keine Scheiße. Nein, komm. So, jetzt bist du, gell? Ich hab richtig Bock. Wir bleiben einfach jetzt vier Stunden lang auf einer blöden Kackstech stehen, ey. So, und jetzt? Lass mich mal zurückfahren. Ich spring jetzt nicht. Oh, schon wieder das Blaue. Ja, das ist ja super. Hä, bringst du das ja doch. Ja, du kommst halt höher. Ja. Hi. Kannst du jetzt noch höher sogar? Ja, guck mal, gelb. Auf. Du bewegst das ganze Ding. Warte, okay. Was kann ich jetzt machen? Du kannst doch auch hochlaufen, einfach nur, oder? Ja. Und dann müssen wir... Ist nicht dein Scheißherrnz. Es tut mir so leid. Es ist nicht leid. Ich schwöre, ich zerbrächt dich in der Luft. Also, dass dein Scheißherrnz ist, dass du einfach runterfällst. Ich stehe hier unten. Oh, du bist so fertig. Es ist nicht dein... Ich stehe hier unten, Alter. Es ist nicht dein... Ich stehe gerade so... Oh Gott, ey. Selbst mein Spielcharakter wird einfach gerade Spiel beenden. Bei mir ist aber keine Scheißwache. Ihr habt dir keine Scheißwache. Ich hab keinen Bock mehr. Das hat man fast. Oh. Oh. Ich freu mich richtig. Ich muss auch noch was machen bei dir, oder nicht? Ich glaub schon. Ich kann nie mehr. Oh, ey. Ja, komm. Bitte jetzt einfach. Dankeschön. Bei mir keine Scheiße. Das ist bitte keine Scheiße. Das ist ein richtiges Brüder. Die verarschen dich ganz. Teil sein müssen sie halt dahin. Das ist richtig bei mir, aber machen wir das nicht. Okay. Bitte keine Scheiße. Du kannst loslassen und hochkommen. Bitte fall dich runter. Ich hab Angst. Oh. Was zur Seitenlage. Oh. Oh, na klar. Alter. Na klar. Darauf haben wir hingearbeitet. Jawoll. Oh, boy. Nein, wir fallen. Oh, das hat mich jetzt fertig gemacht. Das geht mir richtig schlecht. Bitte keine Scheiße. Bitte machen wir keine Scheiße. Oh. Oh, ich glaube, ich werde mich aufhören. Ja, ich glaube auch. Oh. Oh, was war das denn? Alter. Das ist Clay. Das ist weird. Das riecht nicht. Das ist Clay. Warum riechst du an deiner Kotze? Da ist sie, der Elefant. Da oben ist der Elefant. Ja, das ist einfach. Wir müssen nur auf das Magikastel gehen. Ja. Das habe ich gebaut. By the way. Du hast ein Magikastel? Ja. Ja, du bist nicht der einzige in der Familie, der coolen Sachen gebaut kann. Oh, wirklich? Ja. Wirklich. Und das Ding, okay. Und das Ding, okay. Und das Ding, okay. Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Aber du glaubst mir? Ich versuche. Danke. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da können wir jetzt zusammen pumpen. Oh, ja. Da habe ich richtig Lust drauf. Das wird bestimmt ein gutes Ding sein. Es klappt. Ich mache nichts. Du steuerst, okay? Ja, mache ich. Geht's schon los? Ich glaube, irgendwas macht mir gerade falsch. Ah ja, vielleicht sollten wir die Weichen mal stellen, ne? Ja, aber das ist schon langweilig eigentlich. Boah. Hier irgendwas, oder? Ist eigentlich schon auch ziemlich krasse emotionale Erpressung so von den ganzen Gegenständen, dass sie nicht wollen, dass wir uns scheiden lassen. Stell dir mal vor, hier wäre so, hier wäre so richtig die schlimme Beziehung am Start. Und du kannst die einfach nicht mehr trennen, weil du weißt, du kommst direkt in so eine Fantasiewelt und gehst in so eine Schockstarre. Was ist denn hier? Hä, müssen wir ihn jetzt denn mitnehmen? Ah, ne, hier müssen wir auch nochmal. Wir brauchen Power noch. Ich brauche noch einen, einen Typen. Den habe ich hier, ja. Nee, dann haben wir noch mehrere. Wie viele Leute sind hier überall rum? Hä? Da kommst du da gleich hin. Ja doch, du läufst da gerade hin. Ich komm gerade hin. Ja, da kann man doch hart abkürzen, oder nicht? Guck mal. Wo müssen wir die denn hin tun? Hier noch? Ja, aber... Ist es richtig? Hier oben noch. Wann mal ganz kurz. Aber es läuft doch, oder? Wir haben noch alle drei. Guck mal, was ich machen kann. Hä, warum kann ich da jetzt hinrand suchen? Wo kommt der? Der Flugzeug fliegt hier auf einmal rum. Wo kommt der? Wo kommt der Kollegin da? In welchen Spot? Ähm... Hier oben. Ja? Nee. Ich bin auch in so einem Flugzeug drin gerade. Ernsthaft, hast du es geschafft? Ja, ja. Du kannst dir einfach da hinstellen und dann... Ich überlege gerade, wie man... Ah, und da kann man sich hier so droppen lassen. Das ist ja ganz nice. Oh, Gott. Oh, der... Hä? Vielleicht können wir es schon so probieren, aber... Ja, wobei... Sind die denn richtig drin? Klar. Die Typen? Du bist an meinem... Ach, das ist die Dichte. Wo ist denn der eine Dude da? Den habe ich aufs Dach, auf so ein Dach gestellt. Das ist aber nicht richtig drin. Hier, warst du mal bei diesen Matruschka-Dingern? Nee, nee. Wieso falle ich einfach runter, wenn ich den Matruschka... Das ist mir auch passiert. Ach, guck mal, hier ist das Ding hier müssen wir aufmachen. Wir müssen das Ding hier aufmachen. Das heißt, wir haben hier vielleicht die falschen Personen. Ja, ja, das kann gut sein. Wir müssen die richtig anordnen müssen. Aber warum? Er hier muss weg. Ja, stimmt. Er hier muss weg. Er kommt in das Häuschen. Du musst meinen runterbringen. Wir müssen sich lieben. Nee, hier hin. Weil jetzt ist die Stromverbindung. Ah, und dann können wir... Lass mal ganz kurz bitte noch nicht fahren. Komm mal ganz kurz mit. Wollen wir noch was probieren? Zu Matruschka zu kommen? Yes, yes. Aber ist easy. Mach ich halt innerhalb von zwei Sekunden. Das ist halt das Ding, was ja? Ja, leider zu gut. What? Hä? Hä? Ja, guck mal, du kannst dich bitte teleportieren, man. Ich bin halt schon da, ne? Ja. Cooler Typ. Sorry, dass ich so cool bin. Ey, kannst du mich rauslassen? Was kann Elf? Ah, okay. Wir können uns auch nur gegenseitig befreien. Buh, 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 buh. Dann mache ich jetzt hier. Ich fliege da jetzt in den Anfall. Oh, let's go. Aua. Ich kann mich einfach komplett übertreiben. Alter, wie schön. Und diese Lava-Lappen. Wow. Okay. Hey, das sind VR, ist, glaube ich, geil. Das Castle hast du gebaut. Geil. Yo, Minecraft. Tatsache, ne? Ja. Mach den Mund auf. Oh. Oh, Gott. Hm. Oh, yes. Hier kommen die Minecraft-Spieler. Guck mal, die Füßchen. Der kommt nicht mehr auf den Boden. Hallo. Direkt wieder. Direkt wieder. Wer als erster die Scheiße macht, ey. Wo muss ich Jump Run machen? Hier, also links und rechts, oder was? Ja, ja. Ja, was soll ich jetzt mit ihm machen? Darüber. Wieso laufe ich da nicht einfach drüber? Ja, warum kann ich hier leer? Ah, damit hast du so Blöcke umgewandelt. Jetzt muss ich aber absteigen, oder? Nee, du musst das irgendwie umdrehen. Äh, damit ich den Knochen nehmen kann. Guck. Äh, geh nochmal zurück. Ja, eben. Du musst ihn jetzt dann nehmen, oder? Ah, okay, okay. Ja, ja. Voll verstanden, ja. Voll verstanden, ja. Habe ich richtig krass verstanden? So krass verstanden, gerade. Lange nichts mehr so verstanden, wie das. Ja, so krass verstanden. Wann, wir machen mal keine Scheiße? Ich mach gerade keinen Scheiße, ey. Oh, jetzt wird es aber knifflig. Los. Nee, gar nicht. Warum bist du so? Warum bist du so? Uiuiuiuiui. Das mache ich, ich muss nicht. Nee, ist doch okay. Hä, war doch alles richtig. Nee, Mann, aber ich wollte. Und wo soll ich denn hin? Da drauf. Eins hinter dir. Pass mal, pack mich. Da kannst du auch drüber. Warte mal. Warte mal. Eins zurück, eins zurück. Hau runter, bitte. Höher. Wie fühlt dieser alles, Kranfahrer? Ich fühle mich ganz gut. Ah, Udi. Nee, Udi kehrt, oder? Ich überlege gerade. Kannst du den da hängen lassen, wo er gerade ist? Ja, warte mal. Ja. Muss ich das Ding schon? Nee. Aber ich kann das ja nur bis zur Hälfte machen. Da muss ich es ja eh. Machst du lieber andersrum, oder? Wie meinst du? Ähm. Da muss ich, da muss ich hin und her fahren, oder? Warte mal. Wenn du jetzt hochgehst, ne? Ja, ich bin zum Hochgehen, werde ich mal nochmal das machen müssen. Ja, ja, genau. Was ist das für ein Sound? Hm? Und dann kann ich... Ja, du willst doch klappen, oder? Und den kann ich aber halt nicht bewegen, ne? Doch, wenn ich oben bin schon. Ja. Ach, das war eigentlich schon. Das mach ich mal hoch. Weiß ich nicht genau, wo die Schwierigkeit ist. Ja, den kann ich jetzt halt nicht bewegen, ne? Aber den muss ich auch nicht bewegen. Den anderen komme ich aber nicht weiter. Ach so, der ist eine Mitte. Ach so. Genau. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das denn jetzt? Machen wir mal, Mona? Und so. Ach so, ja, ich halte ihn einfach fest, deswegen. Ja, ja. So geht's, ja. So. Zack. Oder? Ne, ist nicht richtig. Ah, 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 ah. Ne, ne, ne. Ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Alles gut, alles gut. Geh nochmal runter. Geh nochmal runter. Alter, Digga. Alles gut. Ne, 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 ne. Ja, obwohl, ist scheißegal. What a prank. Ne, ne, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Warte. Jetzt mach nochmal. Ja, genau, ja, ja. So hast du mir auch gedacht. Ja, genau. Genau. Und dann... Ah, ne. Ah. Oh, aber... Halt den Einzelnen links fest. Ja, warte. Genau. Ah, falsch, das. Das ist die Steuerung von dem Dino. Jetzt, ja. Hm. Ja. Easy. Ja, guck mal, wie intelligent wir sind. Einfach nur eine 10 von... Kommst du da rüber? Ja. Das ist so ein Gradfahrer, Bro. So. So. Oha, Digga. Einfach stacheln. Alter. Ja, moin. Junge, wie gefährlich. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Hoch. Hoch. Oh. Tschuldigung. Okay. Warte, warte, warte. Wie mache ich das denn jetzt? Kann ich das hier loslassen? Ne. Nein, du führst mich mit dem Ding einfach. Ne, ne, ne. Ich kann nicht weiter. Ich muss danach den anderen greifen. Hier den. Warum? Damit du da unten drauf springen kannst. Damit du weiterkommst. Okay. Ach, du kannst den nur hoch und runter fahren, oder was? Ja, ja. Bist du sicher? Ja. Also, ja. Ich kann das nur zur Seite. Dann musst du auf den drauf springen, dann muss ich den, glaube ich, schnell greifen. Oder? Okay. Ja. Warte, so? Ne, das geht never so. Wie? Ich kann mich ja vielleicht links runter gleifen. Ah, oder ne, an der, an der, an der Wand kannst du dich halten. Ja, genau. So runter gleifen, oder? Dann macht's Sinn. Baller das Ding hoch. Okay, Achtung, bereit. Kannst du an die Wand? Ja, ja. Ui, 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 ui. So. Haben wir. Was ist das? Was ist das? Was? Das ist alles gut, ey. Was kannst du jetzt machen? Nichts. Nur einfach runterfallen. Und dann kannst du jetzt an die Wand. Ne, ne, und dann an der Wand slideen und dann kann ich dich nach oben. Geh noch. Chilly. Was machen wir hier hoch und runter? Ja, und dann kannst du. Oh, wir haben ihn geweckt. Guten Morgen. Wir müssen da ja durchfahren. Sorry, Mr. Dino. I don't think personal. Ah ja. Dankeschön. Boah. Ui, ui, ui. Boah. Oh. Reift halt die direkt. Guck wie viel schneller ich fahr kann als du. Guck jetzt. Guck jetzt. Alter, Digga, warum muss ich mit Team spielen? Er spielt... Oh, Nether! Nether, das steht jetzt vorbei, Leute. Jetzt ist er raus. Ich bin tot. Oh, oh, no. Alter! Ja, Dynamit, klar. Bestes Kinderspielzeug. Alter! Oh, nee, Gruselbahn. Gruselbahn. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du musst uns, du musst uns... Äh, rad dich nicht. Doch. Ich lenke. Ich lenke. Ich bin aber auch darin schneller als du. Die Schnurz. Ich hör dich jetzt schon nicht. Ich hör dich jetzt schon nicht. Ich hör dich jetzt schon nicht. Und dann so grrrr. Like that one over there. Jungen. Ey, dein Oktopus. Warum steht das Zimmer von der Alten unter Wasser, ist die Frage. Die hat das Kind ertrinkt. Hä, was muss man mit der Maus machen? Ah, okay. Oh, noofuş. Oh, oh Oh, 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 oh. I was da dran dran Grad. Das ist so schlimm. Mach's doch besser mal. Ich bin so gerade die ganze Zeit und du bist nur schief. Müssen wir alles töten? Warum? Warum machst du das? Nichts davon ist gerade richtig. Oh Gott. Oh Gott. Ich drück einfach auch nur die Taste. Das ist so nervig. Ey, wir müssen gleich den Boss zusammen so machen, ne? Glaube ich nicht. Guck mal was da links um die Ecke ist. Völlig komfort. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist so geil. Das ist so dumm. Der Hoffnungspot muss liegen, Herr der Ringe. Was für Herr der Ringe? Hey Guys, we don't have to do this. We come in peace. Oha, wir haben richtige Feinde bekommen. Neither do I. Der ist auf dem Rechten. Sau, wie Traufer. Sauber. Weg da, weg da. Oh Gott, wir müssen fahren. Du bist so into it, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. War da nicht noch einer? Hä? Es war doch noch ein Boot. Hä? Das hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Das Boot hat schon gesagt, keinen Bock mehr, Alter. Hä? Das muss doch viel sein. Jetzt geht aber weg, Alter. Hä? Der ist noch hier. Alter. Der fährt doch. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Oh Gott. Mal auf. Lass mich einfach nur noch hier durch. Selbst hier drückt ich ganz ein Schiff. Weil ich gebe die Hoffnung, dass man schneller damit fahren kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das macht mich so fertig. Jetzt geht Fahr doch einfach nach links. Du anstrengster Mensch der Welt. Oh Mann, Alter. Guck mal, da sind sogar Stromstellen. Die kriegen wir nicht mehr hin. Ja? Dann fick dich. Dann mach ich doch. Dann mach ich so wie es wills. Wir haben sogar Leben verloren jetzt. Weil wir so schlecht gefahren sind. Oh, was ist das? Das ist mein Leben. Warum schießt du die ganze Zeit bis zu Helm? Oh nein, zurück, 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 zurück. Nein, rauf fahren. Nicht rauf fahren. Ich will nicht sterben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Stehen. Guck mal. Ja, wir sind sehr gut. Wir sind Captain to see. Lizenz A, B und 6. Jawoll. Ja, zum Glück. Das sind wir. Zum Glück sind wir nicht mehr in dem Scheißschiff drin, Alter. Zum Glück sind wir nicht mehr in diesem Kackschiff. Vorbei, danke. Das ist einfach eine Clayfigur. Oh nein, wir sind nur auf dem Boden. Jawoll, weiterfahren. Nein. Weiterfahren. 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 Nein. Ja. Komm, komm, dann lass rauf jetzt. Hier, komm. Oh, 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 oh. Steg, weg. Weg, 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 weg. Steg ihn. Weg, Steg ihn. Alter, das war die Hälfte. Steg, ey, wir müssen dann weg, Mann. Es funktioniert. Keep firing. Komm, weg, 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 weg. In welche Richtung weg? Einfach geradeaus, 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 geradeaus. Wir können auch nicht mal gehen. Okay, wir können nicht weg. Okay, wir müssen den abschließen dann. Wie, wir versuchen, die Stromstelle zu veratmen. Schau. Okay, kriegen wir trotzdem hin. Wir sind Pro. Wir haben Phase 2. Wir haben ja Phase 1 schon gut überstanden. Super. Wir haben einfach einen guten Springerfinger. Was geht jetzt ab? Okay. Ist halt ein bisschen spannender, weil wir weniger Leben haben. Haben wir schon absichtlich gemacht, Leute. Keine Sorge. Keine Sorge. Oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so knapp, Stegi. Das wird so knapp, oh mein Gott, das wird so knapp. Nein, easy. Oh Gott, oh nein. Oh Gott, okay. Oh Gott, okay, das ist was. Oh Gott. Wo der Brot existiert fast nicht mehr. Jetzt links, 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 links. Oh oh. Hä? Ja, das war nur ein Klick von uns. Was hab ich extra gemacht? Hab ich gerade wieder Schockquett. Oh, was passiert da rechts? Was passiert da rechts? Oh oh. Wir müssen weg. Oh oh. Oh Gott, das war schlecht. Warte, 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 lass doch auf den Dicken, sonst sind wir tot. Oh, fuck. Egal, muss das sein, muss das sein, muss das sein, mhm. Links auf direkt wieder, links auf den, oh, ne, okay, ne, ne. Link, die haben wir jetzt verloren, wenn du abweg getreten hast. Okay, auf den Kleinen, auf den Kleinen, auf den Kleinen. Tentakel, 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 Tentakel. Tentakel, Tentakel, okay, wir sind down, wir sind down, der erreicht uns doch, Bro. Der erreicht uns doch, Bro. Puh, wir fahren doch einfach weg. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Wir werden immer weiter weg. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir gehen auf einen anderen See. Ne, 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 mach doch weg, mach doch weg, lass uns die Scheiße weg. Ich dachte das so sehr. Ey, hinter uns ist einer, hinter uns ist einer, wir müssen fahren, wir müssen fahren, wir müssen fahren. Ja, wir fahren, das liegt, wir fahren jetzt auf den Dicken. Nein, mach das doch weg. Junge, nicht am Ende des Kampfes. Du darfst doch nicht gehen. Es macht mich weg, ich will nicht mehr. Lass einfach schießen, wir sind voll Leben, wir sind voll lang. Wir schießen jetzt einfach drauf, ist mir scheißegal. Wir schießen da jetzt einfach drauf, komm. I don't give a fuck, Alter. Jetzt schießt die scheiß Tentakel ab, Mann. Nur wenn wir die Tentakel abschießen, kommt der Arsch wieder. Junge. Auch da hätten wir den Tentakel abschießen, das habe ich nicht gezeigt. Jetzt los. Oh nein. Ich bin so triggert. Junge, geh doch einfach mal auf den Tentakel. Es kann doch nicht ein scheiß Ernst sein. Bitte geh doch auf den Tentakel drauf. Jetzt kommt der Flip. Ja, und dann geht aber hin. Das macht mich so fertig. Das macht mich so fertig. Hey, I think it's getting tired. Danke, Jesus. Danke fucking Jesus. Jesus ist groß, Alter. Ich werde einfach nicht mehr schießen, sorry. Das macht mich so fertig. Aua. Mein, mein, alles tut weh. Also so schwierig war es jetzt nicht. Nee, aber ich will einfach. Jetzt sind wir weiter. Drückst du auf schon? Guck wie schnell wir sind. Oh Mann, ja. Oh, das gefühlte war geiler, ne? Wenigstens ist die Maul jetzt aufgegangen. Wir mussten die nicht wieder weg. Alles weg. Wir sind fucking schon mal am Start. Oh nee. Oh Gott. Oh, stabil. Ah ja. Aber es wird eine Geisterbahn. Please don't remind me. Du bist bei der E-Span bitte. Oh, gell. We didn't like it either. Yeah. The worst first date ever. But we survived. Digga, das sieht so geil aus. Oh, hier sieht es vorbei aus. Oh, what is this? The bridge isn't supposed to be up. Ich bin so fällig, Alter. Oh Gott, Alter. Es ist Rose's Balloon. Oh Gott, Alter. Es ist Rose's Balloon. Ja, stimmt. Können wir mal kurz sagen, dass nach 6 Stunden Spielzeit wir immer uns noch so hassen wie am Anfang? Ein bisschen mehr. Oh, ist das creepy. Es ist die Königin. Oh, gut. Hat er tatsächlich gesagt. Oh Gott, hat er tatsächlich gesagt. Oh Gott, das ist richtig. Ja. Rose, äh, gave the Elephant a crown. You know, a queens crown. So Rose made the Elephant into a queen. Mhm. Mhm. Oh Gott, ist das gruselig, ey. Ist das ein Albtraum gerade. I see. Alter, wenn ich fertig. Okay. Das mach ich. Find ich gut, dass du das machst. Thank you. Yeah. Let's go pop that creepy balloon. Boah, so viel schnell. Gucken, wie schnell ich war. Damn. Jetzt hab ich's erst gecheckt, was passiert ist. Jetzt muss ich drauf. Komm. Es geht durch dein Herz sein, Sticky. Es ist zu viel. Es ist für heute zu viel. Das wird dein. Oh, okay. Ist doch alles geklappt. Ja, und jetzt? Ach so. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach schon die ganze Zeit. Ich mach schon die ganze Zeit. Nein, ich mach schon die ganze Zeit. Nein, ich mach schon die ganze Zeit. Ich mach hier einen Hamsterrad die ganze Zeit. Oh, wow. Du hast es falsch gemacht. Wir müssen dir den komplett am Anfang eine Kugel holen. Nee, 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 nee. Das glaub ich hier, oder? Doch? Nein, da ist er wieder da. Wie lange war ich? Du kannst doch rein holen. Hol doch rein, du los. Oh, jetzt aber. Ich, ich bring sie dir rüber, okay? Du willst. Du hast aber geleckt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey, that's our ball. Oh, oh, oh. What the fuck? Come on, let's get it. oder war das jetzt schlecht also ich bin ja schon drüben quasi wo drüben hier bei mir meinst du oder eigentlich aber ich habe es gerade hier hoch zu springen so dann schießen ich war noch nicht fertig ich habe mich einfach nur gestorben okay warte komm jetzt lass mich doch mal das reicht mir das reicht mir das reicht mir jetzt bin ich dran ich wusste immer dass es so schnell geht hier ist nur so mega anstrengend einfach klappt aber jetzt bin ich jetzt dann ja so müsste passen glaube ich kiefer glaube ich aber ich schieße auch trotzdem ich habe ihn die schweine die spielen mit uns kommst du auch mal oder ich warte ja schon dort einfach anstrengend einfach nur noch anstrengend ich bin wieder mini spiel ich bin die ganze zeit einfach nur warten und er hat mich so krank ja komm du musst dich auf mich draufsetzen also wenn ich nicht teamwork okay jetzt aber hey komm hast du was falsch verkehrt gemacht nee ich weiß ja auch nicht dann habe ich was falsch gecheckt nico jemand muss nach vorne und hinten oder sowas du musst nach vorne und hinten ja ich habe halt die balance jetzt lass doch runterfallen nein ich kann ich nicht ich kann ich nicht ich kann ich nicht du musst doch weiter ach so ich muss wirklich ich habe es nicht gewusst ich habe nicht gecheckt oh boy alter oh macht mich das fertig ey also ich bin ja schon längst da oh nein oh nein ich bin nicht dort alles ist gut komm schon komm schon muss schneller sein also ich bin ja schon längst dort ach so ich muss ja rüber wir müssen es jetzt hin und her geben ja ja also gut ich bin gleich oben musst du noch mehr ein boost aufbauen oder geht's ne ich bin voll ja wir sind überhaupt nicht synchron das ist voll egal ich wollte einfach nicht halten ich habe auch nicht mehr was gedrückt frisst das ne ich drück nicht eh frisst das jawoll ich wollte es dir wieder zurück werfen aber dann bist du schon abgesprochen ja 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 so wird sie mit darüber oder oder ups ok haben wir ich war schon so lang gerade wie eigentlich so wo der war im leben ich fand mich auch fertig gemacht mich ganz ehrlich wann wann machen wir denn somit sollen wir noch die queen töten und da hat den break oder ja das ist ja jetzt wirklich eigentlich relativ zügig noch gehen so nett einfach von der königin die schienen enden was machen magischer wald das muss ja jetzt ganz schnell gehen ich bin diese blumen so süß die kleinen ritter roblox wenn das ist hier so playmobil angelehnt ich helfe jetzt reicht es okay aber ich glaube ich kann spielen aber wir können trotzdem gerne sonst hier doch ist das hier hinten nicht gespielt das ist das vogel zum singen bringen oh nein oh nein wieder wie er ist sie gedöhnt was er ist mit so bieb jetzt mit der ganzen tastatur ja ich bin komplett raus ne ich bin komplett raus ne ich bin komplett raus ne es ist ein bisschen mehr zu sein Ich war kaum raus, ich war so, mein Gehirn ist gar nicht mehr klargekommen. Okay, ey, lass es hier callen, die guten 6 Stunden 15, das war fucking lustig, man. Ey, das war auch so anstrengend. Safe. Stegi und ich, wir quatschen mal, wann wir weiter streamen. Ja, also von mir aus muss es gar nicht so lange dauern, ne? Genau, wir können ja einfach schnacken. Das Wochenende sogar stimmt, hast du ja auch erzählt. Deswegen, vielleicht geht's direkt die Tage weiter, das war wirklich sehr, sehr lustig. Dankeschön Stegi für die Zeit, wir schnacken einfach, wann es weitergeht, höchstwahrscheinlich direkt die Tage, denke ich auch, ne? Okay, dann lass uns mal gucken, wie wir hier quitten, zurück zum Hauptmenü erstmal. Mhm. Der Rest geht verloren, okay, aber eben wurde gespeichert, deswegen nicht schlimm. Genau. Dann muss ich jetzt nächstes Mal nochmal neu abziehen bei dem Vogelspiel und dann soll das klappen. Aber das wurde nicht gespeichert. Wie sich das gehört, ja, das ist aber auch okay, weil ich bin ja auch nicht ganz fit, und dementsprechend zählt das ja auch nicht. Es ist so ein crazy Game, ne? Ich lieb's, ich lieb's. Ich hasse es, dass es so wenig davon gibt, aber ich lieb's auch gleichzeitig, muss ich sagen. Ich glaube, so wenig gibt's gar nicht. Ich glaube, nur viel hat man nicht auf dem Radar eben. Ja, dieses, dieses Way-Out-Ding, das hast du aber schon gespielt, ne? Ja, ja, genau. Ach, schade. Mit Tim habe ich das gespielt, das war so lustig. Muss ich aber, glaube ich, dann auch nochmal im Stream machen, muss ich mir dann auch nochmal wen schnappen oder so. Das lohnt sich so heftig. Das macht, ey, wirklich geil. Glaube ich, das ist nämlich echt geil. Okay, äh, ich danke dir, wir schnacken, höchstwahrscheinlich geht's schon direkt die Tage mal weiter, ansonsten noch ein schönes Wochenende, schöne Ostern, schönen Jesus-Tag oder so. Dankeschön, dankeschön. Ne? Falls ihr an Jesus glaubt, ansonsten viel Spaß beim Eiersuchen, wenn ihr an den Hasen glaubt. Äh, genau. Ich sag jetzt schon mal tschüss, Stegi. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Hat echt Bock gemacht. Ciao. 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 User disconnected from your channel.